Musik Herzlich Willkommen zum Winzertalk. Hallo liebe Zuhörer, zum Abschluss meiner Mosel-Reise bin ich jetzt noch zu einem Weingut gefahren, das ich über Instagram kennengelernt habe. Ich glaube, sonst hätte ich wahrscheinlich gar nichts von dem Weingut gehört, weil es doch relativ klein ist und sehr bescheiden. Aber ich freue mich ganz herzlich, heute den Benni begrüßen zu dürfen. Hallo Benni. Hallo. Benni, vielleicht stellst du dich kurz mal vor, für die Zuhörer, die noch nicht kennen, sagst uns, wo wir gerade sind und welches Weingut. Ja, hallo, ich bin der Benni, Benjamin Spahn vom Weingut Spahn. Das liegt in dem überschaubaren Dorf Moseldorf-Kesten. Wir haben so rund 350 Einwohner und liegt in der Nähe von Bernkastel-Kuhs. Und ja, wir haben ein, wie der Daniel schon sagt, überschaubares kleines Weingut. 2015 gegründet, relativ jung auch. Und gerade in der Findungsphase. Ja, du sagst gerade, ihr habt euch 2015 gegründet, aber du hast auch hier Kellerbücher darlegen, die schon 100 Jahre alt sind. Kannst du uns vielleicht ein bisschen Background dazu erläutern? Also, wir hatten schon, soweit ich zurückdenken kann, immer Weinberge gehabt. Ungefähr, also wir sprechen da von 2000 Metern hobbymäßig, die ich mir von meiner Uroma übernommen habe, von der Agnes. Und als die gestorben ist, wurden die Weinberge mir überschrieben. Oder beziehungsweise ich habe sie davon geerbt. Und beim Räumen des Hauses wurden uns dann Kellerbücher offenbart, die auf das Jahr 1918 zurückdatiert sind, wo mein Uroper, der Karl Quint, noch aufgeschrieben hat, wie er damals Fasswein gemacht hat. Und ich war so fasziniert von der ganzen Geschichte, dass ich diese Tradition auch wieder aufgreifen wollte. Und dann 2015 den ersten Stein, den Primus, gelegt habe, sozusagen. Aber ursprünglich hast du eine andere Ausbildung gemacht, oder? Ja, genau. Ich habe nach der Schule erst mal Landwirt gelernt, weil ich von klein auf eigentlich schon immer auf dem Bauernhof war und immer in der Natur, immer draußen. Und ja, währenddessen ist dann das ganze Ereignis passiert. Meine Uroma ist krank geworden. Wir haben daheim, habe ich mit meinem Vater halt eben hobbyweise auch ein paar Weinberge gehabt. Wir haben dann die Kellerbücher gefunden und die Leidenschaft und die Tradition haben sich irgendwie so ein bisschen gekoppelt. Und dann habe ich nach der Landwirtlehre dann noch verkürzt Winzer gelernt und dann 2015 auch direkt während der Ausbildung den ersten Flaschenwein gemacht. Was hat deine Uroma damals für eine Krankheit gekriegt? Ich würde behaupten, es wäre wirklich vom Alter. Also kam Wasser in der Lunge, so Sachen. Und wie wir schon immer gesagt haben, wenn die Uroma Agnes mal nicht mehr in die Wingert gehen kann, dann geht es schnell dem Ende zu. Und das war auch zu der Zeit der erste Herbst, wo sie nicht mehr mit in den Weinberg konnte, nicht mehr mit lesen gehen konnte. Bis wie viele Jahre war sie im Weingarten unterwegs? Mit 90 ist sie noch in den Weingarten gegangen. Wahnsinn. Eine Frau, die ihr Leben lang nur gearbeitet hat. Heftig. Ja. Und ja, die Weinberge sind quasi aus der damaligen Zeit überstanden. Wir hatten zwei Kühe, zwei Schweine, ein bisschen Landwirtschaft und ein bisschen Weinbau. Und zum Schluss ist nur die Landwirtschaft in der Weinbau geblieben. Also Landwirtschaft sind zwei Hektar, die mir verpachtet haben, und der Weinbau. Und mittlerweile sind aus den 2000 Meter Weinbau dann zwei Hektar geworden. Und ja, jetzt verkörpere ich das, was ich eigentlich von der Uroma geerbt habe. Das war an dich quasi der Funke weitergegeben worden. Ja, genau. Übergesprungen. Sozusagen, ja. Magst du dann jetzt nur noch Wein oder auch trotzdem noch ein bisschen Landwirtschaft? Ich bin selbstständig. Also die Betriebsgröße ist noch nicht groß genug. Auch die Vermarktung ist bei weitem noch nicht groß genug, davon leben zu können. Und ich bin selbstständig als Dienstleister im landwirtschaftlichen Bereich Forstwirtschaft, Weinbau. Was machst du da genau? Wie kann man sich das vorstellen? Ich gehe quasi zu den Landwirten oder Lohnunternehmern hin und fahre mit der ihren Maschinen, mache ich landwirtschaftliche Arbeiten, führe ich die Arbeiten aus, auf Rechnung sozusagen. Und halt eben, dann kann ich mir die Zeit sehr gut einteilen, wie das Ganze zu Hause dann zu vereinbaren ist. Weil mittlerweile von den zwei Hektarn ist gut über einen Hektar eigentlich mit einem normalen Schleppergang befahrbar, sondern 50 Prozent plus von der Steigung her. Und der Arbeitsaufwand hier an der Mosel ist ja doch schon etwas enormer. Und vor allen Dingen, wenn man nicht nur 0815 machen will, sondern schon was Besonderes machen will, dann muss man auch dahinter stehen. Wahnsinn. Ja. Also wie viele Stunden arbeitest du am Tag? Zähle ich nicht. Also das werde ich mir, glaube ich, erst in den Jahren erlauben, wirklich mal zu zählen, wie viele Stunden ich tatsächlich in Weinberg oder in den Weingut investiere. Also sagen wir es mal so, wann stehst du in der Früh auf und wann gehst du ins Bett? Also in Spitzenzeiten um fünf aufstehen oder um fünf aus dem Haus und um neun, zehn Uhr abends heim. Also schon mehr außerhalb wie innerhalb vom Gebäude. Wahnsinn. Ja, im Moment fängt an, alles ziemlich gut zu laufen, sage ich jetzt mal so. Sehr arbeitsintensiv. Ben, wie alt bist du jetzt? Ja, ich bin 23 oder werde dieses Jahr 23, sagen wir mal so. Wahnsinn, wenn man denkt, was andere Menschen mit 23 machen oder was auch ich mit 23 gemacht habe, da geht man normalerweise fort, genießt sein Leben, trifft sich mit Freunden, hat eine gute Zeit. Und ja, du arbeitest im Prinzip nicht 9 to 5, sondern 5 to 7 und allein das verdient schon allerhöchsten Respekt. Das ist wirklich der Wahnsinn. Dankeschön. Geht dir da nicht ab und zu mal was ab? Vermisst du da irgendwas oder wünschst du dir trotzdem mehr Zeit für Freunde zu haben oder Familie? Hast du eine Freundin? Ja, Beziehung ist zum Beispiel so ein Thema, was bei mir noch nie lange gehalten hat, um ehrlich zu sein. Also verständlicherweise, die meisten haben sich dann auch gesagt, die Leidenschaft kann ich nicht teilen, beziehungsweise so wenig Zeit, das funktioniert nicht. Aber da bin ich jetzt auch nicht so böse drum. Ich sage immer, die Richtige, wenn sie kommt, die wird halt auch mitmachen. Und ich will ja auch irgendwann mal in dem Status sein, dass ich mal wieder etwas Normalität in das Ganze reinbringen kann, sage ich mal so. Vielleicht hört die Richtige ja gerade zu. Wer weiß, wer weiß. Machen wir den Winzertag zu einer Flirtshow. Ja, genau. Solange es nicht zur Piepshow wird, ist alles gut. Nein, alles gut. Ja, ich sage mal so, ich versuche das ziemlich zu vereinbaren. Also ich war jetzt die letzte Woche zum Beispiel mit Kollegen nach Prag gefahren, Rammstein-Konzert gucken. Dann holt man sich halt eben mal vier Tage raus, wo man dann tatsächlich auch mal abschaltet, weil ich glaube, sonst macht das kein Mensch auf lange Dauer mit. Wobei, bei Rammstein bist du ja angeschaltet als abgeschaltet. Gut, ja. Sagen wir mal anders umgeschaltet. Voll. Ja. Ja, das war schön. Auch noch Leute kennengelernt da, die auch dann im Weingeschäft tätig sind und von der Mosel kommen. Dann wieder neue Connections gemacht. Und dann so ganz raus kommt man ja dann doch nicht aus der Weinfeld. Hast du da Winzer getroffen? Ja. Wie geht das? Das sind ja so viele Leute, oder? Ja. Einfach durch Zufall. Durch ganz blöden Zufall sozusagen. Heftig. Es gibt keinen Zufall. Ja. Bist du jetzt noch im Kontakt? Ja, ja. Auf jeden Fall. Also wir haben Nummern ausgetauscht, schreiben jetzt ein bisschen. Geil. Ja. Also was heißt Winzer? Der ist auch eigentlich nur Angestellte, hat keinen eigenen Betrieb, aber auch die Weinliebe, die Leidenschaft. Weil ich sage immer, Wein ist eigentlich wie Musik. Auf der ganzen Welt versteht man sich. Also versteht man die Musik, den Wein. Jeder Künstler, jeder Winzer hat seinen eigenen Stil, seinen eigenen Touch. Und auch in der Musik gibt es beim Wein natürlich verschiedene Genre, verschiedene Rebsorten. Und im Endeffekt hat man ja im Wein genau das gleiche wie in der Musik. Man kann sich so ein bisschen abschalten, mal anderes auf sich wirken lassen, andere Geschmäcke ausprobieren, sich mit Leuten darüber unterhalten. Und das geht es ja letzten Endes. Genau. Eben. Perfekt. Unkompliziert, aber weltweit. Ja. Und du bist da sehr auf Instagram aktiv, Göln. Ich glaube, wir haben uns da auch kennengelernt. Ich glaube, du folgst mir da schon länger, oder? Ja. Ich weiß gar nicht jetzt genau wann. Du wurdest mir irgendwann mal vorgeschlagen und seitdem eigentlich immer deine Storys, deine Reisen immer verfolgt, deine Podcasts logischerweise auch verfolgt. Und ja, wo ich dann gesehen habe, dass du ja dann bei Van Volksen auf der Grand Opening Feier bist. Genau. Da haben wir uns dann als erstes Mal persönlich in Real Life getroffen. Genau. Da habe ich ja extra dem Roman noch geschrieben, für dann samstags noch kommen zu dürfen. Beziehungsweise ich wollte ja eigentlich nur nachfragen. Ich habe von der Samstagsfeier gar nichts mitbekommen. War ja mein Plan, sonntags erst hinzufahren. Und dann hat der Roman mich ja dann tatsächlich persönlich eingeladen, dann noch auf die Feier zu kommen, was eine Riesenehre war. Das ist eine Riesenehre. Und dann rechne ich ihm hoch, hoch an. Für mich kleiner Zwerg sozusagen. Ja, und da haben wir ja tolle Gespräche schon geführt. Sonst wäre der Tiergarn zustande gekommen. Genau. Ja, mega. Gott sei Dank. Also ich bin immer noch hin und weg von dem ganzen Event, was der Roman da auf die Füße gestellt hat. Das ist auf jeden Fall ein Meilenstein in der Weingeschichte der Mosel. Ja, absoluter Wahnsinn. Beziehungsweise Sauer. Ja, nicht vergessen. Ja, Benny, du hast hier einige Weine vorbereitet. Ich würde sagen, wir gießen uns gleich mal den ersten ins Glas. Ja, sehr gern. Ich bin schon sehr gespannt, denn ich habe noch nichts von dir probiert. Ja, welchen willst du denn anfangen? Sagen wir klassisch mit dem Trockenen? Ja. Vorne weg? Gerne. So, klassische Schraube. Ich mag Eigenstattgeräusche ja nicht. Also für mich gehört der Kork schon dazu eigentlich und wird auch auf jeden Fall in den hochklassigen Weinen, in den höherklassigeren Weinen Einzug erhalten wieder. Einfach für das, geht einfach, finde ich, dieses krachende Geräusch vom Schrauber ist einfach so unästhetisch, wie er eigentlich auch aussieht. Also gerade jetzt hier der einfache Verschluss. Ja, aber gerade für die frischen, fruchtigen Weine, Spätlesekabinett ist ja doch ziemlich praktisch, oder? Ja, das stimmt schon, ja. Ich rede jetzt also auf, ich habe noch keine Auslese gemacht, da habe ich mir letztes Jahr ein bisschen in den Arsch gebissen, deswegen. Aber die Auslese, die aus diesem Jahr hoffentlich hervorgeht, die wird auf jeden Fall Korkverschluss kriegen. Okay. Einfach nur um das klassische Kork-Rausziehgeräusch, das ist ja dann, das Zelebrieren auch dann davon, das Wertige. Ja, vielleicht kannst du uns ein bisschen was zu dem Wein erzählen. Wie hast du den gemacht? Aus welcher Lage ist der? Der Wein ist, also ist die Spätlese trocken, den ist auch tatsächlich der letztgelesene Wein oder die letztgelesenen Trauben vom 2018er Jahrgang, also der letzte Winger, Abschluss. Die Lage ist, steht auch hinten drauf, in der Märterlei. Das ist eine Lage, die ist, glaube ich, außerhalb von Kästen relativ unbekannt mittlerweile. Ist ein sehr schiefer, also steht auf Schieferfels auch direkt drauf, wenig Boden drin, sehr, sehr trockener Standort. Sieht man auch dieses Jahr wieder, die Reben fangen langsam an, ein bisschen mit dem Trockenstress zu harmonieren. Wie alt sind die so, die Reben? Pflanzjahr ist 73. Okay. Also über 40 Jahre alte Reben. Aber die kommen gut damit klar, also das ist jetzt nicht, dass mir da Verluste erleiden müssen, eher, ich finde ja immer, der Riesling ist eine Rebsorte, die kann auch ruhig mal ein bisschen leiden, um die Aromen und die ganzen Mineralik aus dem Boden und aus der Frucht wirklich dann ein bisschen mehr in die Beere reinzubekommen, ein bisschen mehr zu, wie soll ich sagen, mir fällt das Wort nicht ein, zu komprimieren. Und ja, den Wein, den habe ich dann auch dementsprechend, den habe ich geteilt. Das waren rund 600 Liter auf 1000 Meter circa, also auch kein großer Ertrag rausgeholt, extra deswegen. Und wie soll ich sagen, ja, den habe ich geteilt, einmal in die süße Spätlese auch und die trockene Ausbauweise. Und da habe ich auch ein bisschen rumexperimentiert. Der hatte erstaunlicherweise 9 Gramm Säure im Most, obwohl der eigentlich ein sehr säurearmer Jahrgang war. Und da habe ich einfach mal auf den Wein BSA-Bakterien draufgegeben. Okay. Die BSA hat den dann auf, hat nicht viel gemacht, ein Gramm ungefähr, also wir haben jetzt 7, irgendwas Gramm Säure da drin. Aber was sind BSA-Bakterien? Also, für einen Riesling sehr untypisch, ein biologischer Säureabbau. Ah, okay. Und die wandeln halt eben, die arbeiten, wenn ich das jetzt, mach mich nicht, ich glaube mit Milchsäure-Bakterien. Genau, ja. Wenn es BSA-Aug gesagt hätte, hätte ich es kapiert, aber dann mit Bakterien noch zusätzlich. Ja, genau. Und muss ich sagen, hat den Wein richtig gut getan, weil er so einen leichten Schmelz bekommen hat und wirklich auch das Mundgefühl sehr, sehr harmonisch ist. Aha. Und da muss ich auch dazu sagen, ich hätte so, so gern Holzfässer bei mir im Keller. Ich kann es mir aber leider noch nicht leisten. Also die Fuder oder? Zum Beispiel, ja. Die 1000 Liter sind das geil. Genau, entweder Fuderfässer oder ein halbes Fuderfass. 500 Liter dann. Genau. Für die Weine einfachen. Riesling kann auch gerne im Holz liegen. Finde ich total geil, wenn es nicht zu übertrieben ist. Und hier habe ich jetzt... Es geht ja da mehr um den oxidativen Ausbau dann, oder? Genau. Und hier habe ich mit Chips jetzt geschafft. Okay. Also mit geschredderten Holzfässern sozusagen, weil die günstigere und einfache Version ist. Und im Endeffekt, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr stolz auf den Wein. Wie oft hast du den Wein jetzt schon gemacht, diese Spätlese? Dieses Jahr das erste Mal. Das erste Mal jetzt? Also ich habe 2015 den ersten Wein gemacht. Den Primus haben wir ja auch auf dem Tisch stehen. Mit dem bei Paint entworfenen Etikett. Von mir selber. Das waren 500 Liter. Dann 2016, davon haben wir auch diesen Wein. Den geben wir gleich drauf ein. 2017 hatte ich dann auch nochmal drei Weine. Und jetzt 2017, 2018 habe ich jetzt insgesamt fünf Weine gemacht. Okay. Und wo liegt der jetzt preislich? Die Spätlese? Die Spätlese liegt bei 10 Euro. Bei 10 Euro. Die Flasche, ja. Okay. Dann probieren wir es mal, oder? Jawohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Oh, da kommt jetzt gut das Holz durch. Da schmeckt man schon das Holz. Ja, es riecht gut. Kann auch sein, dass er sich jetzt noch ein bisschen aufschließen muss im Glas. Wäre jetzt schade, wenn das Holz eigentlich die Mineralik dann... Ja, auf jeden Fall. Das war auch nicht oder ist auch absolut nicht der Sinn dahinter. Also ich will kein Holz ausbauen. Und ich will ein Wein ausbauen. Und vor allen Dingen, der hat so viel Frucht und die Mineralik in dem Wein drin. Kann sein, dass er jetzt im Moment einen kleinen Ticken zu kalt ist. Vielleicht lassen wir ihn einfach noch ein bisschen und probieren ihn dann am Schluss nochmal, oder? Genau. Lassen wir ihn mal noch ein bisschen stehen. Ich mache ihn auch noch mal ein bisschen auf. Genau. Dass er noch ein bisschen atmen kann. Genau. Dass er dem Wein halt auch noch ein bisschen guttun. Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich zum nächsten dazwischen, oder? Ja. Ja, der braucht ein bisschen. Danach, 2016 war ich mutig. Nachdem ich den Primus so gut gemacht habe, hatte ich gedacht, fängst du direkt mal an mit einer Cuvée. Und zwar habe ich einfach im Keller gestanden und gedacht, du brauchst irgendwas Cooles, was noch nicht so viele haben eventuell. Und habe dann einfach mit einem Glas Wein an jedem Tank ein bisschen gezogen, von dem ein bisschen mehr. Und dann im Endeffekt habe ich dann eine Mischung gekriegt aus Riesling und Müller-Torgau, die mir so gut gefallen hat in dem Moment. Nur in meinem jugendlichen Leichtsinn natürlich nur Pi mal Daumen geschafft und gar nicht gewusst, was ich jetzt da im Glas, wie viel ich da jetzt im Glas drin hatte. Worauf ich dann, ich glaube, abends um elf habe ich mit der Rumprobiererei angefangen und um drei Uhr bin ich dann ins Bett gegangen. Und da hatte ich dann die Cuvée quasi erschaffen. Krass. Weil mein Ziel war, also der Riesling ist aus Windrisch, hier gegenüber von der Mosel, aus der Flachlage. Und das ist ein sehr schwerer, sandiger, lehmiger Boden. Sandiger, lehmiger Boden, das ist auch gut. Aber ein sehr schwerer, lehmiger Boden mit Moselsandanteil drin. Und der Wein ist relativ einfach, harmonisch. Und mir hat die Säure ein bisschen zu viel gestochen. Also irgendwie war der so ein bisschen unrund, der Riesling. Und deswegen habe ich einfach mal ausprobiert, weil mir der Müller-Turgau in dem Jahr sehr gut gefallen hat, damit ein bisschen was zu schneiden. Und ja, daraus hinauf kam dann die... Der Müller-Turgau ist auch ein bisschen milder in der Säure. Genau. Und dann kann man das gut kompensieren. Genau, so die klassischen Riesling-Aromen, so ein klein bisschen ausgebremst und im Endeffekt ein sehr leichter, angenehmer Sommerwein gemacht. Wahrscheinlich dann kühlvergoren, fruchtbetont, oder? Genau. So eine Art Einstiegsweinung quasi für dein Weingut, oder? Ja, genau. Der liegt preislich bei 5 Euro. Das ist auch relativ günstig. Aber ist ein halt eben Wein, da kann man sich abends auf die Terrasse setzen, die Sonne genießen und ohne Probleme den trinken. Der hat auch nur 10 Prozent. Ah ja. Und wie viel Restzucker hat der denn? 21 Gramm Restzucker hat er. Ja, bin gespannt. Ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Klingt schön. Der hat aber trotzdem, dass er aus einer Flachlage ist, noch schöne Mineralik. Wobei ich finde, aber ich muss auch dazu sagen, nachdem ich den Wein gefüllt hatte, war ich erschrocken, wie schlecht der mir gefallen hat tatsächlich. Weil der war in der Flasche dann schon wieder total unrund und unharmonisch, die Nase so richtig rumpelig. War auch bei den wenigen Kunden, die ich zu der Zeit auch hatte, nicht wirklich beliebt. Und da ist ja so ein bisschen, die Palette ist dann irgendwie so in den Hintergrund geraten, auch gar nicht mehr so Werbung dafür gemacht, weil ich mich eigentlich schon fast geschämt habe dafür. Und jetzt letztes Jahr, irgendwann hat er in der Flasche so einen Wandel gemacht, wo sich das einfach durch die Reife nochmal in der Flasche drin nochmal so ausgereift harmonisiert hat. Da er jetzt einer von meinen Lieblingsweinen sogar ist. Ich meine 2016 ist jetzt das zweite, dritte Jahr sozusagen. So langsam müsste er getrunken werden. Aber jetzt ist er on top. Genau, finde ich auch. Jetzt ist er am Zenit. Das ist eine schöne Frucht in der Nase schon. Das macht schon Spaß. Ein klein bisschen Alter, das tut ihm gar nicht so schlecht. Absolut. Wie viel hast du jetzt von dem Wein noch? Von dem Wein habe ich, letzte Inventur müsste ich nochmal machen, ich glaube noch 500, 600 Flaschen. Tatsächlich. Du magst rein Abhofverkauf, oder? Mhm. Genau. Also ich muss dazu sagen, die zwei Hektar klingt nach wenig, aber von den zwei Hektar habe ich dieses Jahr auch nur 10% auf der Flasche ausgebaut. Okay. Der Rest ist Pacht, Bewirtschaftungsverträge und Fasswaren, weil die Vermarktung ist relativ schwierig, auch für mich, weil ich nichts mit Vermarktung am Hut habe sozusagen. Und 2016 habe ich vor allen Dingen noch relativ viel über, weil 2015 hatte ich 500 Liter, hat gut geklappt, waren recht schnell verkauft. Und 2016 bin ich dann etwas über die Stränge hinausgeschossen und habe dann, weiß ich nicht, die vierfache Menge an Wein gemacht. Und ja, 2017 wieder zurückgefahren, 2017 ausverkauft, Gott sei Dank. 2016 habe ich noch Primus und Exultanis, so heißt ja die Cuvée, noch Rest, aber ja. Cool. Also du kannst dich da wirklich voll verwirklichen mit dem Wein. Zwei Hektar. Ja. Gibt es da Vollgas mit dem, was du hast? Vor allen Dingen, ich sehe bei meinen Kollegen, bei meinen Berufskollegen, die dann den Betrieb, den elterlichen Betrieb irgendwann übernehmen werden, die sind doch sehr stark gebunden. Die haben ihren Kundenstamm, der erwartungsvoll ist. Die haben ihren Vater daheim sitzen, der sagt, mach das so oder so. Und ich bin halt eben da erstens mein eigener Herr. Mein Vater ist gelernter Kfz-Mechaniker und Lkw-Fahrer. Und ich kann mich da komplett austoben, Gott sei Dank. Mega. Hast du da irgendein Vorbild oder eine Person, die dich inspiriert? Im Großen und Ganzen meine Uroma tatsächlich. Auch wenn sie mit dem Wein so nichts zu tun hat. Aber so die, wenn ich bedenke, was die Generation alles arbeiten musste, schaffen musste und trotzdem immer noch Witze machen konnte. Und mein Vorbild ist halt eben, dass ich im Alter auch genauso viel erreicht habe wie meine Uroma. Meine Uroma hatte neun Kinder. Der Vater. Ich hatte auch neun Kinder. Nee, das nicht unbedingt. Meine Uroma hatte neun Kinder. Der Mann ist relativ früh beim, also mein Uroma ist relativ früh nach dem Krieg gestorben. Also neun Kinder alleine großziehen plus Landwirtschaft plus Wein und noch alles daheim. Kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Und ja, das ist so mein Hauptvorbild. Also wenn meine Uroma im Himmel ist und stolz ist, oder ich denke, dass sie stolz ist, dann bin ich eigentlich zufrieden. Okay. Aber ansonsten, wie zum Beispiel van Volksem, war halt eben für mich ein Riesen, sehr, sehr interessant zu sehen, was man eigentlich alles erreichen kann. Wenn alles läuft, was man sich da alles hinbauen kann. Wenn ich gucke, das Haus hier ist nicht ganz so groß wie das Weingut. Aber wo man halt eben hinwachsen kann. Ich meine, Ludger Veit hier oben auf dem Berg, weiß ich nicht, kennst du ja bestimmt auch. Der hat sich ja jetzt auch eine neue Halle gebaut, auch ein wundervolles Weingut, auch tolle Leute. Ludger hat mich zum Beispiel geprüft in der Weinbauschule. Also bei dem habe ich meine Abschlussprüfung gemacht, unter anderem. Und wenn man einfach für seine Ziele kämpft, glaube ich, kann man sich sein eigenes Vorbild auch sein. Hast du ein großes Ziel, eine Vision, wo du gerne hin möchtest? Ich sage mal, das Ziel ist etwas verschwommen, weil ich einfach mal gucken will, wo die Reise hingeht. Aber ich will mich komplett auf meinen Wein einlassen können und davon leben können. Und glücklich mit der Familie. Das Ganze dann so ein klassisches, musseltypisches Familienweingut mit, weiß ich nicht, paar Hektar. So, dass es zum Überleben oder zum Gutleben reicht, sage ich mal. Das wäre so mein Ziel. Absolut. Hast du da eigentlich die ganze Körlertechnik, Presse und so weiter, hast du das alles selbst oder magst du das in Kooperation mit jemandem? Ne, das habe ich überwiegend selber. Also ich bin so ein, ich sage immer, low budget mein Gut. Meine Presse habe ich geschenkt bekommen vom Nachbar. Die sollte eigentlich verschrottet werden. Das ist eine uralte Wilmesspindelpresse. Da werden wahrscheinlich einige jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn sie das hören. Für damalige Zeit, die ist Baujahr 72. Für damalige Zeit schon Hightech mit Vollautomatik. Also rein theoretisch presst die komplett allein. Allerdings, wenn man die Pressen von damals kennt, die waren noch, die Vollautomatik ist darauf ausgelegt, alles Mögliche aus diesen Trauben rauszukriegen. Und auch meinetwegen aus den Kernen oder aus den Stielen, was da in der Automatik rauskommt, ist nicht so schön. Und ich mache dann halt eben Stricks dann so ein bisschen. Also wenn ich das Geld hätte, hätte ich natürlich ein Bütten-Kipp-System ohne Pumpen, alles schonend und so. Jetzt im Moment habe ich leider nur einen Traubenwagen mit Schleuderpumpe, was auch eigentlich nicht toll ist, nicht schonend ist für die Trauben. Aber mit so Tricks und wenn man sich dahinter denkt, kann man glaube ich noch sehr, sehr viel da rausholen. Was hast du da für Tricks? Kannst du vielleicht ein Beispiel nennen? Zum Beispiel, die Presse war bei mir noch nie auf Vollautomatik. Heißt, ich stehe dann zwei Stunden tatsächlich bei der Presse dabei und lasse sie von Hand quasi. Zum Beispiel mache ich das dann so. Die erste Pressgang, wenn die zusammenläuft und dann pressen tut, mache ich, normalerweise läuft die einfach bei, bis sie das erste Mal auf Druck ist und dann presst sie weiter. Und ich lasse einfach nur ein bisschen beilaufen, lasse die Presse wieder ein bisschen stehen, der muss von sich aus ablaufen. Bis sie das erste Mal zu ist. Und dann gehe ich unten in den Keller, anderer Tank und dann lasse ich die Presse halt eben normal laufen. Weil dann habe ich erst den Most von den reifen Beeren, das ist der qualitativ hochwertige, geschonende Most, den nutze ich für den eigenen Wein. Und der Rest geht bei mir dann in den Fasswein halt eben rein. Und ja, ist natürlich aufwendig. Also moderne Presse mit Kippsystemen kippst du drauf, stellst das Programm ein, das du vorher generiert hast und dann läuft die zwei Stunden und dann bist du dabei. Ich stehe halt eben zwei Stunden nebendran und mache mein Pressprogramm selbst. Okay, jetzt stell dir mal vor, unter der Tür, wo wir gerade sind, schiebt jetzt gleich jemand einen Briefkuvertumschlag durch und da sind 500.000 Euro drin. Nur? 500.000. Was würdest du dir dafür kaufen, für dein Weingut? 500.000 Euro, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde sie tatsächlich in eine neue Weinpresse investieren, die wesentlich schonender arbeitet. und ja, mein Kellerequipment, noch weitere Tanks, damit ich noch mehr Vielfalt, noch mehr Verschnitte machen kann und auch noch mehr meine Weinkarte erweitern kann, weil ich bin im Moment am Limit, was die Belegung betrifft und ich glaube, da wäre das Geld schon fast weg. Sehr teuer, die ganzen Sachen. Ja, ja, also das ist schon Wahnsinn. 500.000 Euro, ja. Ja, vielleicht doch, was ich mir auf jeden Fall kaufen würde, wäre eine Rollhacke, um meinen Glyphosatfreien Anbau zu fördern, zu steigern. Weil im Moment, also in den Flachlagen setze ich gar kein Glyphosat mehr ein, da fahre ich alles mit dem Flachschar, was relativ aufwendig ist und ja, arbeitsintensiver ist als jetzt einfach Glyphosat und alles geht ein. Aber so eine Rollhacke beziehungsweise einen Scheibenflug, ein klassischer Scheibenflug noch mit in Kombination zu holen, wäre von der Effizienz, von der Effektivität her wesentlich besser. Aha. Ja. Und bei mir ist es halt eben, ich nutze ganz gerne die Flora und Fauna, die sowieso schon natürlich vorhanden ist und lasse halt dann auch gerne seinen Weg gedeihen. Genau, dass man ein geschlossenes System hat, einen Kreislauf. Ja, genau. Ich meine, die Rieslingrebe, die braucht nicht viel an Nährstoff. Und wenn man ein bisschen mit Einsaat schafft, mit Leguminosen, die den Stickstoff aus der Luftbindenden Pflanzen verfügbar macht und generell mit der ein bisschen mit Köpfchen an die ganze Begründung drangeht und der ganze Boden, was ich ja Gott sei Dank alles in der Landwirtelehre sehr, sehr intensiv studiert habe. Das ist auf jeden Fall ein nützliches Hintergrundwissen. Ja, auf jeden Fall. Und es funktioniert einfach. Es gibt auch in meinem Wortschatz keine Unkräuter, das sind Beikräuter. Und ich will jetzt in der Zukunft vielleicht ein bisschen experimentieren mit speziellen Saaten, dass ich ein niedrig wachsendes Kraut in dem Sinne unter den Stöcken habe, dass ich dann einfach wachsen lassen kann im Stall lang, wo mir die Erosion weglässt, wo mir am besten auch noch ein bisschen Stickstoff bindet und dass ich dann daraufhin kein Glyphosat oder so ansetzen muss. Mhm. Nature Hacks. Genau. Kann man so sagen. So ungefähr, ja. Gibt es da irgendwie so eine Pflanze, so ein Kraut, wo du sagst, das ist so ein richtiger Game Changer, das bringt nochmal richtig was? Da würde ich im Großen und Ganzen eigentlich Klee sagen. Weil verschiedene Klee-Sorten wirklich, also einmal durch die, das ist eine Leguminosenart, die dann Stickstoff in den Boden bindet und ist auch, ich weiß jetzt nicht genau welche Klee-Sorten, auf jeden Fall relativ trittfest und hat auch kein großes Problem mit Befahren werden. Wobei das auch wieder so kritisch gesagt, also eigentlich so einen richtigen Game Changer an Eingraut kann man jetzt nicht sagen. Das ist die Natur im Gesamten, die das ganze Spiel ändert. Also können, nachher zeige ich dir gerne, hier beim Dorf habe ich direkt einen Wingert, wo ich viel experimentiere damit. Wenn man da einfach mal in den Boden reinriecht und merkt, da ist Leben drin, der Boden, dem geht es gut, dann geht es dem Reben auch gleich viel besser. Und das überträgt sich einfach auch, denke ich, in den Weinbiss rein. Dass man den Hummus aufbaut. Genau. Wie machst du das? Ja, über die Begrünung. Zum Beispiel die Begrünung, die, wo ich eingesät habe, die gehe ich jetzt bei der Trockenheit vor allen Dingen, tue ich die nur walzen. Also mir wurde dann auch schon gesagt, der Span ist zu blöd, führt zum Mulchen. Der hat die Zapfwelle vergessen anzumachen. Aber ich ziehe dann den Mulcher einfach nur hinten her, dass das große Kraut dann umknickt. Das stirbt dann ab oder wird im Wuchs gehemmt. Bildet oben drin zwischen dem noch bestehenden Kraut so einen schönen Humusteppich drin, was sich dann langsam durch die ganzen Regenwürmer und was da alles rumkreucht und fleucht, zersetzt wird. Und Wasservernunstung wird eingespart. Und eigentlich ein Großteil der Nährstoffversorgung wird damit schon sichergestellt, wenn ich so sein. Was hältst du von Biodynamie? Ich habe mir auch schon überlegt, also ich habe auch ein Jahr, mein erstes Lehrjahr habe ich in einem Bio-Weingut gemacht. Würde ich auch gerne machen, nur der Staat spielt mir da in die Karten. Also die Mittelwahl, also ich bin doch noch froh, dass ich auf systemische Mittel zurückgreifen kann, wenn es sein muss. Und weil zum Beispiel Peronospora, das einzige Mittel, was mir jetzt in den Sinn kommt, was zugelassen ist im Bio, ist halt eben Kupfer. Weil Kupfer ist ja natürlich, aber für mich ist halt eben Kupfer ein Schwermetall und sollte nicht dann so in die Weinberge reingeknallt werden, meiner Meinung nach. Weil es baut sich über Jahrzehnte nicht ab. Und ich kam mich an 2014, das war das Jahr, wo ich gelernt habe. Dann wurde noch phosphorige Säure, als hat die Zulassung verloren, als natürliches Mittel. Das heißt, wir hatten nur noch Kupfer. Und das Einzige, was von der Politik kam, war, dass die Grenzwerte hochgesetzt werden. Also, dass wir noch mehr Schwermetall in die Wingerten blasen konnten. Und dann war ich daheim wirklich froh, dass ich meinen Spritzabstand auf sieben Tage statt drei Tage hatte und nicht so viel Sprit verblasen habe, die Böden nicht so verdichtet habe mit meinem Schlepper. Und da ich die Wingerten dann trotzdem noch einigermaßen sauber bekommen habe. Aber das ist immer so eine Sache, man muss mit der Natur arbeiten. Dann gibt einem die Natur auch viel zurück. Wenn man die Natur viel machen lässt, und der bei ihren natürlichen Hilfestellungen dann auch unterstützt, dann kann man da schon einiges rausholen. Wenn man zum Beispiel allein schon durch Entblättern die Belüftung der Trauben besser macht, wenn man die Mittel halt eben dann wirklich, das Wetter im Auge hat, die Mittel zur richtigen Zeit einsetzt. Zum Beispiel, ich fahre am liebsten, wenn die meisten Leute im Dorf stört, nämlich nachts, beziehungsweise morgens sehr, sehr früh, weil dann die Thermik sehr mithilft, dass nicht so viel Abtrieb ist, dass nicht so viel unnötig in der Natur rumgeschleudert wird und so Sachen. Das ist der Hauptgrund oder das Hauptziel in der ganzen Sache. Wow. Ich finde das wahnsinnig interessant. Das ist echt cool, dass du das alles raus hast, dein ganzes Wissen. Ja. Ich sage so, also eigentlich alle haben gesagt, lass das doch mit dem Wein gut, mach noch deinen Wirtschaftler, Techniker, lern noch ein bisschen was. Aber ich habe eigentlich schon vor der Ausbildung mit den Hufen gescharrt und wollte jetzt unbedingt an meinen Weinen dran. Klar. Dann habe ich mir gesagt, machst du jetzt mal, lernen kannst du später immer noch. Ja, aber du weißt ja schon sehr, sehr viel. Ja, ich sage mal so, in die Details müsste ich eigentlich noch, also wenn ich jetzt einen Winzertechniker neben mir sitzen hätte, der würde mich, glaube ich, in Grund und Boden fragen. Also ich glaube, ich habe auch schon viel gemacht, wo ich nur durch Zufall das Richtige getan habe. Ich habe aber auch schon Lehrgeld zahlen müssen, so ist das nett. Inwiefern? Wo habe ich das? Ja, zum Beispiel letztes Jahr. Wenn ich zurückgreifend sehe, letztes Jahr hatten wir einen Bombenherbst und ich hätte, glaube ich, noch wesentlich mehr rausholen können aus dem Ganzen, wenn ich nicht, wie soll ich sagen, wenn ich nicht so nervös gewesen wäre. Also die Spätlese, die wir hier gerade getrunken hätten, das hätte auch locker, locker eine Auslese werden können, wenn man sie einfach noch zwei Wochen, drei Wochen hängen gelassen hätte. Aber gut, so ist das halt eben, abspeichern, nächstes Jahr besser machen. Genau. Ja, dann bin ich gespannt auf deinen nächsten Wein, lieber Benni. Ja. Können wir den hier noch? Das ist ja für mich interessant, weil ich die Weine nicht kenne und jedes Glas einfach eine Überraschung ist. Ja. Was sollen wir zuerst machen? Sollen wir den 2015er Primus? Ja, komm, wir probieren mal den frischen. Ja. Und dann gucken wir mal, wie sich so ein... Können wir uns immer noch steigern, teilweise. Genau, genau. Kurz zu dem Wein. Also Primus, ganz klar, ist Lateinisch, der Erstgeborene. Das war halt eben der Wein, mit dem alles begann. Das war 2015 der erste Versuch. Ist ein Riesling-Kabinett. Auch in Windrisch, in der Lage, war ein Windrischer großer Herrgott gelesen. Hier habe ich gerade eine Etikettierfehlerflasche. 10 Prozent Alkohol hat jetzt der 18er, der die vorderen Weine hatten weniger Alkohol. Aber dieses Jahr habe ich ein bisschen verpennt, hätte ich ein paar Tage früher lesen gehen müssen, um das hinzukriegen. Aber vom Restzucker her sind wir bei 28 Gramm. Haben eine knackige Säure eigentlich da drin. Und den versuche ich auch jedes Jahr genau so wieder auszubauen, wie das ist. Welchen Typ von Kabinett möchtest du erzeugen? Was verbindest du damit? Ein Kabinett ist für mich eigentlich ein Allrounder. Ein Wein, der eigentlich überall ganz gut geht, der auch mal zum Essen ganz gut passen könnte. Mit dem man eigentlich, ich sage immer, ich würde gerne eine Flasche Wein für meine Freunde mitholen. Welchen empfiehlt ihr? Dann sage ich eigentlich immer den Primus. Weil damit macht man eigentlich nicht verkehrt. Denen ist den meisten nicht zu süß, den anderen nicht zu trocken. Und das ist für mich halt eben so ein Kabinett Feinherb, wo er auch hingehört. Wobei ich mich eigentlich bei den Prädikatsweinen relativ schwer tue. Weil das Qualitätsmanagement oder beziehungsweise die Qualitätsbezeichnung sollte nicht am Zucker abgemacht werden. Oder beziehungsweise an den Extrakten, die man an den Oechsler geraten. Für mich sollte eigentlich, also man kann einen Qualitätswein halt eben auch genauso ausbauen. Wenn ein Qualitätswein draufsteht, kann man genauso einen tollen Wein haben, wie wenn ein Spätleser draufsteht. Nur halt eben, ich tue mich da ein bisschen schwer, auch ein System zu finden, was ich auf mich selber übertragen kann. Also auch mit Ortswein, Lagewein und so finde ich ein bisschen schwierig. Und mit Prädikatswein ist es immer so ein bisschen schwierig. Da muss ich noch, ehrlich gesagt, meinen Weg finden. Dadurch halt eben so ein Qualitätssystem habe, so ein Raster, wo ich meine Weine so ein bisschen reinstelle. Und da ist halt eben das bekannteste durch die Prädikate relativ easy, sage ich mal. Damit kann fast jeder was anfangen. Ja, da muss ich noch meinen Weg finden, ehrlich. Ja, das Problem haben viele Weingüter, oder? Ja, ich glaube schon. Gerade die kleineren dann. Ja. Hast du vielleicht irgendeinen Ansatz, wo du denkst, in die Richtung könnte es gehen, oder? Also ich bin wirklich da auf dem Weg noch am Überlegen, halt eben aus den Prädikaten ganz rauszugehen und dann nur noch QBH machen, Qualitätswein, bestimmte Anbaugebiete, wie es ja so schön heißt. Und dann halt eben mein eigenes System zu finden, meine eigenen Bezeichnungen, je nach Qualität beziehungsweise nach Preisklasse und dann meine Weine dann wirklich komplett frei von irgendwelchen Zucker gehalten und ja, Prädikaten rastern, dann meinen eigenen Weg zu finden. Wo liegt der jetzt preislich, der Kabinett? Der liegt bei sieben Euro. Okay, dann probieren wir das Ganze mal. Jawohl. Cheers. Prost. Das ist auch sehr verschlossen noch. Jetzt noch ein bisschen zu, hm? Machen wir gleich den nächsten, den 15er? Ja, genau. Gegenstellen? Ja. Schauen wir mal, was er kann, wenn er geteift ist. Genau, da bin ich jetzt auch mal gespannt. Also den 2015 hatte ich jetzt mindestens ein Jahr nicht mehr im Glas gehabt. Okay. Tatsächlich. Große Ehre für mich. Ja, ich hab mal gedacht, äh, ups, ich werde das Mikrofon noch umwerfen. Ich hab mal gedacht, warum nicht jetzt? Genau. Guter Anlass, oder? Wenn der Daniel mal vorbeischaut. Genau. Der ist damals auch noch, ähm, also der Wein ist in einem Plastiktank ausgebaut, in so einem weißen Speiteltank, PVC-Tank, meine ich ist der. Ähm, der hat halt eben dadurch auch schon in der Gärung relativ viel Sauerstoff bekommen. Sehr oxidativ, würde ich behaupten. Und, ähm, ja. Ich sag mal so, also meine Weine, bei mir wird, glaube ich, kein, ähm, Schönungsmittelvertreter froh. Weil, äh, ich sag immer, der Wein wird nicht im Keller gemacht. Der gute Wein, der kommt aus dem Weinberg. Der gute Most kommt aus dem Weinberg raus. Und im Keller mach ich eigentlich, das, was ich auf der Weinbauschule gelernt hab, mit ganzen Verfahren, was man da alles machen kann, lasse ich eigentlich weg. Alles? Fast. Also ich, ähm, lasse den Most dann, äh, ich weiß schon, im, jetzt im Sommer, also jetzt die Zeit, ich fange jetzt auch schon ein bisschen an mit der Planung, aus welchem Weinberg ich welchen Wein machen will. Und, ähm, das ziehe ich dann auch bis in den Herbst durch. Und dann wird das auch direkt schon, nach der Mostklärung kommt er in den Tank, wo der gärt. Und, ähm, dann lasse ich die eigentlich bis zur Filtration auch auf der Hefe liegen. Also so wenig Bewegung, wie es geht. Und, ähm, ich muss sagen bisher, äh, ich hatte weder Gärprobleme bis jetzt in meinem Keller. Ich hatte keine, ähm, Fehltöne in meinem Keller gehabt. Und warum soll ich dann anfangen, da noch Tütchen aufzumachen und reinzurühren und dann bleibe ich doch lieber bei dem, was mir der Weinberg schenkt. Was nimmst du da so für Hefen? Ähm, der Heer ist sogar spontan vergoren. Ah, okay. Die, hier die Spätlese, die wir eben getrunken haben, ist auch spontan. Mhm. Und ansonsten, äh, die ganz einfache Rieslinghefe von, ich glaube, wie darf man Namen sagen? Von Erbslö. Keine Ahnung. Also die 0815 Hefe, wobei ich eindeutig ein Fan von Sponti bin, war doch erstaunlich gut in meinem Keller geklappt. Mhm. Also, ähm, wo mir hier der 15er Wein ist noch in meinem Lehrbetrieb ausgebaut worden. Der 16er ist der erste, der hier ausgebaut worden ist. Und da haben alle gesagt, ja, da hat schon jetzt 30 Jahre kein Wein mehr im Keller gelegen, das wird nicht funktionieren. Die kriegst du nicht dann gern. Und, äh, ja, im Endeffekt habe ich dann da gestanden mit Leinentüchern, die ich nass gemacht habe, über den Tank gelegt und mit Ventilatoren, für die irgendwie in die Bremse nochmal zu kriegen, dass die mir nicht in drei Tagen durchrauschen komplett. Ah, okay. Ja, also ich habe natürlich keine Temperatursteuerung bei mir im Keller. Bei mir mache ich das dann mit dem Wasserschlauch und mit Berieselung sozusagen und mit Ventilatoren, mit so Standraumventilatoren, für die dann irgendwie zu bremsen, zu steuern. Wahnsinn. Irgendwie ja schauen, dass man konstante Temperaturen kriegt, oder? Ja, das ist schon eine Herausforderung. Also ich stehe dann halt eben dann auch nachts auf, für dann den Ventilator anzumachen, für kalte Luft reinzukriegen oder so irgendwas, weil ich ja keine Klimaanlage oder so irgendwann habe. Das ist schon heftig. Na gut, man muss sich nur zu helfen wissen. Ja. Alter, das ist echt cool, mal solche Insights auch zu kriegen und nicht immer quasi die topmodernen in den Keller zu sehen, sondern auch mal zu sehen, dass sich jemand wirklich Gedanken macht, verschiedene Hacks, sag ich jetzt mal, anwendet. Hashtag Lifehack. Ja. Wein live. Ja. Dann probieren wir mal. Zum Wohl. Zum Wohl. Das ist schon eine geile Farbe. Das ist auch eine geile Nase. Oh ja, Wahnsinn. Da ist schon was passiert mit dem Wein. Ja. Wow. Klasse. Schöner Kabinett. Mhm. Super. Schön. Eine schöne, wirklich eine schöne Frucht. Hat ja schon so Honignoten in der Nase. Ja, genau. Und auch so ein bisschen, so so einen leichten, wie soll ich sagen, Schmelz auf der Zunge. Also das ist wirklich. So, so Orangenschale hat er noch in der Nase, so ein bisschen, so ein Spritzer Orangensaft auf jeden Fall noch mit dabei. So was ganz frisches, ein bisschen Limette. Ja. Ja. Auch im Gaumen dann noch mal. Na, da bist du eindeutig mehr der Profi als ich. Naja. Ich mit meiner geringen Berufserfahrung, ich bin froh, dass ich da irgendwas raus schmeckt. Schon ein bisschen was im WSK-Kurs gelernt. Ja, klar. Wobei, wenn du jeden Tag Wein verkostest, dann probierst du dann, irgendwas muss ja hängen bleiben. Ja, das ist richtig. Wenn man sich dafür interessiert und den Wein nicht nur in sich reinkippt, weil er Alkohol hat, dann machst du ja schon Gedanken drum. Genau, also Wein mit allen Sinnen bewusst wahrnehmen, das ist eigentlich... Dafür macht man Wein. Also mach ich Wein, sagen wir mal so. Ja. Ja, sehr schön. Cool. Gefällt mir echt gut. Schade, dass ich davon tatsächlich nur noch sechs Flaschen gefunden habe. Oh, nur noch sechs Flaschen. Die werde ich mal schön auf Seite stellen. Auf jeden Fall. Das wird bestimmt spannend, wenn du das dann jedes Jahr einfach mal probierst und schaust, wo die Reise dahin geht. Ja. Und mal schauen, ob sich der 18er dann auch noch irgendwann öffnet. Der kommt bestimmt auch noch. Ja, ich glaube schon. Ja. Mit ziemlicher Sicherheit. Wobei, ich bin halt eben echt so gegen den Trend. Heutzutage, also ich wurde auch schon Ende Dezember, kurz vor Silvester schon gefragt, ob ich den 2018er schon gefüllt hätte. Also bei mir haben die bis Mitte, Ende Mai auf der Hefe gelegen und wurden auch dann erst, also von der Hefe runter, filtriert, gefüllt. Direkt an einem Tag alles. Und ich bin da echt dagegen, Weine so schnell zu verdrinken, weil da ist so viel Potenzial meistens drin. Es sei denn, sie sind natürlich genau dafür ausgebaut, dass sie nach einem Jahr halt eben schmecken als Fernseher 30 Jahre alt. Nur, also ich bin ein Fan von langen Hefenlager und auch gerne mal ein oder zwei Jahre in der Flasche. Genau. Absolut. Du musst es halt auch verkaufen, gell? Ja, eben. Ich kann, verdiene leider kein Geld mit Wein, der bei mir im Keller rumsteht. Ja, gerade du musst dir jetzt eigentlich Gas geben. Ja. Das ist halt die Krux dann an der Geschichte. Ja, klar. Hast du dann vor, in Zukunft irgendwie trotzdem noch Parzellen oder Weinberge zu kaufen, da irgendwas zu bekommen? Ich sag mal so, kommt auf die Lage drauf an. Also jetzt, mir werden eigentlich regelmäßig dann 0815 Weinberge noch angeboten. Nur ich muss auch sagen, wir machen das alles nur mit der Familie. Also mein Vater, meine Stiefmutter, meine Schwester, Freunde, die mir helfen, in den Weinberg zu gehen. Und da sind wir halt eben jetzt so an unserer Grenze, wo es noch Spaß macht, sag ich mal. Und da würde ich jetzt ehrlich gesagt nichts mehr dazu kriegen. Also das habe ich letztes Jahr auch schon gesagt. Jetzt habe ich dann kurz vorm, jetzt im Frühjahr, dann doch aus Versehen noch 2000 Meter dabei bekommen. Aber muss ich auch dazu sagen, Schwarzriesling, da habe ich richtig Bock drauf, den dieses Jahr auszubauen. Bin ich ein richtiger Fan von. Warum? Weiß nicht, der gefällt mir einfach richtig cool. Warum? Also ich habe noch, ehrlich gesagt, gar nicht so viele getrunken. Aber hier im Nachbardorf, beim Bernd Kilburg, glaube ich, war er, der hat den als Sekt ausgebaut. Und der hat mich so umgehauen durch diese, der tolle Trinkverhalten. Also da kannst du den Champagner in die Ecke stellen, sozusagen, jetzt mal hochgelobt. Und das habe ich auch vor. Also ich will den als Sekt ausbauen oder Sekko. Dann, so sind mal die Pläne. Also ich werde mal gucken. Und dann halt eben auch noch ein, ich bin halt eben auch mittlerweile ein Rotwein-Fan geworden. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn wirklich als Rotwein ausbaue oder als Blonde Noir oder so. Aber so ungefähr. Ist ja vielseitig dann die Sorte. Kannst du viel damit machen. Ich denke schon. Und vor allen Dingen ist er relativ unbekannt. Also ich glaube, ich kenne jetzt nur zwei oder drei, die ihn anbauen aus dem Kopf raus. Und da ich bis jetzt ja eigentlich nur Riesling habe, außer noch ein bisschen Müller-Torger, passt der Schwarz-Riesling halt eben auch schön auf die Karte. Auf jeden Fall. Ja. Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen was zu deinen Lagen erzählen, wie die exponiert sind, welchen Boden die haben? Ja, selbstverständlich. Also die Windrischer-Lagen, das sind so meine Basislagen sozusagen. Davon kriege ich auch nicht viel auf die Flasche. Da geht alles auf die Kälterstation und weg. Das sind meine Flachlagen sozusagen. Das ist ungefähr ein Hektar. Da ist ein schwieriger Boden. Also von Minutenboden sehr, sehr lähmig, klumpig, fett. Eigentlich so eher was für einen Burgunder, nicht für einen Riesling, sage ich mal. Bisschen zu hier in Kästen. Der krasseste ist die Märterlei. Der steht auf Fels. Da ist obendrauf 20 Zentimeter, 30 Zentimeter Humus und Schiefer. Und ein richtig toller Boden. Welcher Schiefer ist das? Blauschiefer. Die Wohnkursiere? Ja, genau. Und rüber auf der anderen Seite ist eher so ein klassischer grauer Schiefer. Und ja, wir sind an der Mosel nicht umsonst die Riesling-Region schlechthin. Weil der Riesling, der geht einfach voll auf hier in unseren Böden. Und dann habe ich Lagen Richtung Brauneberger Juffer, der da hinten rüber ist. Der ist ja auch eine sehr bekannte Lage, die ähnlich sind mit der Märterlei. Nur von der Sonneneinstrahlung ist der Juffer eindeutig im Vorteil, weil der quasi den ganzen Tag richtig schön in der Sonne steht. Und die Kästner Weinberge ist eigentlich hier viel in dem Seitental zur Sauerbohr, sagen wir. Also zum Sauerbrunnen habe ich die meisten Weinberge. Und da ist auch, die stehen morgens früh direkt in der Sonne, dreht sich langsam abends bis hin, sind nicht so steil, ist auch mehr Lehm im Boden drin. Und durch meine Bewirtung, also die Weinberge habe ich alle von der konventionellen klassischen Bewirtung, Glyphosat, alles was kreucht und fleucht muss tot sein und nur glatter Boden. Die profitieren jetzt gerade richtig davon, dass da nochmal ein bisschen was wachsen kann und ein bisschen Humus dann aufgebaut werden kann. Und da, finde ich, entwickeln sich die Reben auch sehr gut. Also meine ältesten Reben sind weit über 50 Jahre alt. Das ist eine Einzelfallanlage, noch die letzte, die ich habe. Die anderen habe ich alle auf Draht umgebaut wegen der Mechanisierung, weil RMS-System zum Spritzen, also mit einem Raupensystem. Das macht ein Lohnunternehmer für mich und die Einzelfallanlage, die ist auch, also ich werde sie wahrscheinlich nächstes Jahr umbauen oder will nicht sogar komplett neu setzen, weil sie einfach viel zu alt und viel zu umständlich zu bewirtschaften ist. Aber tut mir doch schon ein bisschen weh, weil die alten Reben, die haben halt eben was drin, was ein junger Klon nicht haben kann, sozusagen. Da sind teilweise sogar nur Wurzelechte drin, die dann mal so nachgezogen worden ist. Und da tut mir dann doch weh. Ich bin doch mit mir sehr am Kämpfen. Das glaube ich dir. Ja. Das ist eine harte Entscheidung. Die aromatischsten Trauben bekomme ich eindeutig aus meinem Gartenwinger, sage ich immer. Der ist direkt hinter den Häusern, da komme ich mit keiner Maschine hin. Das sind aber auch nur 200 Meter. Und die sind immer sehr, sehr früh reif, hinten dran eine große Schiefermauer, unten drunter nur reiner Schieferboden, Lössboden. Die Beeren, die man da rausholt, die mache ich immer, die kälter ich alles extra so gut es geht. Und da will ich jetzt dieses Jahr mal probieren, mal eine Auslese daraus. Oder wenn nicht sogar eine Trockenbeerenauslese. Einfach hängen lassen, bis nichts mehr geht und dann gekeltert. Da bin ich sehr gespannt drauf. Okay, also so bis Ende Oktober oder was? Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß noch von früher, denn mein Opa hat immer erzählt, die sind bis November noch Trauben lesen gegangen. Letztes Jahr haben wir, ich glaube am 30. September mit dem Riesling schon angefangen. Das ist schon der helle Wahnsinn. Also Klimawandel ist da. Unerbittlich. Ja. Ja, Benni. Ich würde sagen, wir machen den Sack langsam zu. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage für dich. Du bist gerade mitten am Zaun der Zeit. Wahrscheinlich auch gut mit den jungen Winzern vernetzt hier. Wie nimmst du denn den Spirit so unter den jungen Winzern wahr? Welche Visionen haben die? Welchen Drive? Welche Energie? Was denkst du, geht da noch in den nächsten Jahren? Also ich denke, gerade zu meiner Generation, da kommt sehr, sehr viel junger, also was Neues in die ganze Weinwelt rein. Gerade hier die Mosel, die jedoch sehr unter den letzten 20 Jahren gelitten hat, glaube ich, weil alles etwas gestanden hat. Die wird sehr vom jungen Spirit nochmal profitieren. Einfach weil nochmal ein bisschen Modernität reinkommt. Nicht immer seit, ich baue seit 30 Jahren mein Kabinett so aus oder mein Wein aus dem Berg so aus, sondern einfach mal rumexperimentieren. Die Leute werden mutiger, trauen sich ein bisschen mehr und wird international, glaube ich, wesentlich besser ankommen als bis die letzten 30 Jahre sozusagen. Ich glaube, da wird noch einiges Tolles kommen. Also können wir ruhigen Gewissens und positiv in die Zukunft schauen? Also ich habe noch einiges vor. Ich freue mich auch, deine Weine jetzt kennengelernt zu haben. Gerade der 15er Kabinett war wirklich sehr, sehr gut. Schau, dass nur noch sechs Flaschen da sind. Ja. Hast du noch abschließende Worte an die Zuhörer? Abschließende Worte an die Zuhörer? Ja, ich finde immer noch, Wein trinken sollte einfach sein und toll und keiner sollte Angst davor haben, einfach mal auf die Winzer zuzugehen und mit denen in Gespräch zu kommen. Man sollte seinen Horizont immer erweitern. Man sollte nicht immer nur, wie ich eben eingespielt habe, nicht immer nur die gleiche Musik hören, sondern auch mal andere Winzer sehen. Und gerade bei den Jungen, da kann man ruhig mal stehen bleiben, mal zuhören und die Philosophie raushören. Und dann kriegt man, glaube ich, noch viele, viele tolle Impressionen. Absolut. Ja. Mache ich auch so. Sehr schön. Genau, Benni. Ich bedanke mich, bei dir gewesen sein zu dürfen für die Einladung. Ja, ich bedanke mich, dass du hierhin kamst. Dankeschön. Das ist ja eine Ehre auch für mich als kleiner Winzer. Ja, ich will halt hier nicht nur die großen Winzer zu Wort kommen lassen, sondern auch die kleinen Winzer und vielleicht auch die Winzer, die erst angefangen haben, um einfach den Zuhörern auch unterschiedliche Blickwinkel zu geben. Ja, das heißt jetzt konventionell, bio, biodynamisch, egal welche Weinbauregion, ich bin für alles offen. Und ja. Ja, ich glaube, du hast hier einen guten Schnitt in die normale Weinwelt reingekriegt, Jens. Mhm. So mit dem Low-Budget-Weingut. Absolut, ja. Low-Budget-Weingut. Das wird die Überschrift für die Folge. Jawohl. Richtig cool. Benni, ich sage danke. Ich bedanke mich auch. Und tschüss. Ciao. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website www.wein-verstehen.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.